wieder in Elex ich habe gerade an ein paar Songedits gearbeitet die keine gute Stimmung verbreiten sollen schlechte Stimmungssongs also muss ich jetzt wieder die gute Stimmung mit Elex aufbauen außer ich sterbe außer Ray klitscht wieder verrückt warte mal hier ist ein Turm da könnte eine Rüstungspart sein ein Altrüstungspart der ist verdammt weit oben wie komme ich darauf da gibt es wahrscheinlich keine Leiter die das leichter macht okay wir müssen vom Berg rüber hopfen ich probiere es einmal eine Chance gebe ich dem Turm dann hat das verbockt 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 hat das okay 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 keine zweite Chance dann holen wir uns die Hauptmission wahrscheinlich sind da haufenweise Gegner wieder drüben an Kampfmaschinen wenn wir das Leben schwer machen sie machen es mir schwer ja dieses Lied das Lied direkt vor diesem Video abgeloadet sein wird der vorige Upload ich werde es euch einfach verlinken da werdet ihr wissen was ich für eine Stimmung habe war ein cooles kleines 20 Sekunden Lied zum bearbeiten arbeiten und bearbeiten verdammt die Stimmung oh was bist du großes hier könnte man verweilen Ah ja Überraschung Geisterwolf haben wir keine Zeit Ray Unclosed Team holen wir uns dieses Ding Attacke ich muss meine Austauschleier langsam aufladen Gute Arbeit Team Ah schau 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 haben wir doch eine gute Party hier Ah Geisterwolf lebt noch Ich bin überrascht Ah Steinwurf Das war's für ein Geisterwolf Nein Hupf Komm schon Ray mach ihn weg Flieg verdammt Versucht gerade die ganze Zeit Hupftaste zu aktivieren Nein er will nicht hupfen Hupf Hupf verdammt Ah jetzt wirst du hupfen Thor 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 Was stimmt mit dir gerade nicht Ok Schnellbeweis mit vernichten Ich habe es genau gesehen Alex Der Boden hat geschwebt Doch schwebende Boden Huah Ja ja Oh ich habe den Kampfmännern bezwungen Den Kampf habe ich bezwungen Nicht den Gegner Das tut man so mit Kämpfen Verdammt Da ich so viel Englisch aufnehme Kopf bevor bei Deutsch wird auch wieder schlechter Und das ist Keine gute Kombination Da meine Englisch auch nicht So flawless ist Mach das Ding weg Das habe ich gerade gegessen Und jetzt Oh Ob uns der Typ direkt angreift Oder will er noch mit uns verhandeln Ich weiß gar nicht ob ich genug von Mana habe Für den Wolf Ach Ich glaube es regeneriert sogar über die Zeit Ich glaube da habe ich mir was reingehauen Ey yo Bro willst du reden? Ja Dann sind die Gerüchte also wahr Commander Jax Die Bestie von Xarqor Du lebst also noch Karipox nehme ich an Als ich noch Commander war warst du nichts weiter als ein Laufbursche Ja Seit deiner Exekution hat sich einiges verändert Mein vermeintliches Ableben hat dir offensichtlich geholfen Deinen Stand im Eispalast zu verbessern Es gab viele unter uns die deine fragwürdigen Entscheidungen missbilligten Sogar einige hoch dekorierte Alps sahen das so Deine Zeit war einfach abgelaufen Commander Und der Weg wurde frei für jemanden wie dich Ein neuer Anwärter auf meinem Platz Ich verstehe bis heute nicht warum du es abgelehnt hast in den Stand eines Elexitors erhoben zu werden Ich hatte meine Gründe So Dann sieh dir an wohin dich deine Sturheit gebracht hat Ausgestoßen und verwahrlost wandelst du in den Ländern der freien Menschen umher Ohne deine einst so legendären Elex Kräfte ohne Autorität Ohne Macht Mag sein Doch sind mir meine Erfahrung und mein Wille geblieben Was wohl Kalax dazu sagen wird wenn ich ihm berichte dass ich seinen Versagen bei deiner Exekution wieder korrigiert habe Dazu wird es nicht kommen Was tot ist Soll auch tot bleiben Ich war nie tot Bro So nicht Ja planet Nicht genug So eine Gerüchung Die haben wir auch neu bekommen Ach der ist schon tot Ray hat nicht mehr sein Schwert Ray hat nicht mehr sein Schwert gezogen Die nehmen auch jeden als Elixitoren Den haue ich um Daraus wird nichts Oh boy Das sind die wahren Gegner Der hängt einfach mit Verditen ab Der Typ Ratte Okay Keine Sorge Werden den gefälligsten Gegner besiegt Die Ratte Wir in Bett Okay Körperarmor Geisterwurf Wir haben Tresor Wo ich mich gleich rein kniee Und den hacken werde Neun Fünf Acht Verdammt Das passt so nicht aber Vier Fünf Das kann auch nicht passen Schauen wir mal ob wir irgendwas richtig haben Fünf und neun sind die letzten zwei Fünf und neun Das heißt hier haben wir acht Und hier haben wir drei Nein Fünf 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 Geht auch nicht Vier Drei Das war nichts Hm Komisch Ah Fünf und neun War zum Schluss Acht Drei Fünf Fünf Neun Geh 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 Fünf Fünf Können wir nicht Drei Zwei Zwei Vier Geh doch Ach geht doch Drecksloot Das absolute Drecksloot Warte Gibt es irgendwas zum Schlafen für mich? Wir werden wohl was zum Schlafen haben Bisschen Oh ja Ein bisschen Elex Was gibt es hier? Schau Das war's Bergsteigers Was cooles hier Dann schlafen wir Ich brauche Leben und Mana Jacks müde Jacks geht schlafen Ja Körper Amor Ah das ist ne Elex Zauberkraft Deswegen ist sie weg Wo sind meine anderen Zauberkräfte? Heilung Geisterwolf Heilung können wir reinhauen eigentlich Können wir aufbrochen Ohne Kontrolle Auffüllen Ja ich hab ein bisschen was in Mana reingesteckt Aber sonst ist eh noch immer alles gleich Okay Karte sagt Ich kann ein bisschen da rauf verkunden gehen Schauen was hier oben ist Ne kleine Höhle Visage statt Vielleicht finden wir wieder Alpama Ich werde mir sowieso noch die Location von den Elexatoren Rüstungen anschauen Obwohl die gefällt mir eh schon ziemlich gut Die Separatisten Rüstung Separatisten Rüstung Ups Können wir gleich mal schauen wie viel Mana der Geisterwolf verbraucht Ich glaub der hat mir ziemlich viel weggenommen Zerstörung gestiegen Yo Was für Gegner haben wir hier drinnen Was fettes ein Berg Troll Da brauchen wir die Armee Heilungszauber wäre vielleicht gar nicht schlecht Das riecht auch nach legendärer Waffe oder Rüstung Ein bisschen Elex Da ist der Wolf Man braucht ziemlich viel Magie Nein Wenn mein Geisterwolf schon erledigt Nicht gut Wie viel macht die Heilung Ich bin nicht viel Hopp Verdammt Mein ganzes Team ist ausgelöscht Nicht cool Nicht cool Berg Troll Hey Ich dachte du passt auf meinen Rücken auf Ich dachte der Geisterwolf macht das auch Hat er aber nicht Bergsteiger tot Irgendwider was cooles Wahrscheinlich ein Amulett des Bergsteigers oder? Herz Berserker Ja wir sind die Herz Berserker Der hat doch sicher was cooles oder? Nein Hat nichts cooles Da muss doch irgendwas legendäres liegen Manertränke Kleiner blauer Elex Anleitung Leider sehe ich nicht was die mir geben Bisschen Kleinkram Keinen Presslufthammer anscheinend Und das war's Und das war's Bergsteiger nichts wichtiges gegeben Wieso es ausschaut Es schaut noch gut aus Ohne Heilpflanze Und dann war's Das wert Ich will Exploring Wir sind jetzt hier schon ziemlich weit mit unserem Passus Ah was sagt die Karte? Warte sagt Schnellsprechern Das das Hauptmenü ist Ja Stand der Dinge Ich bin mit Star Wars fertig mit dem Let's Play Ich hab's fertig gespielt Ich mein da oben schaut noch was aus Das könnte ich da rauf Oder war das das gerade? Das war's gerade Hier unten waren wir glaube ich schon überall Hier können wir noch rüber Das können wir uns Star Wars Let's Play ist fertig Mass Effect wird wahrscheinlich nie fertig sein Verdammt ist der Spiellager Die haben so viele kleine Missionen reingepackt Die haben's Die haben als Mass Effect komischerweise Ubisoft gemacht Ich mag das Spiel Ich weiß das Wenn die Viecher nicht wären Eigentlich ganz nett hier Ich weiß das sie es am Anfang durch den Dreck gezogen haben Andromeda Aber überhaupt mit den Mords Ein paar quality of life Mords Und das Spiel ist sehr gut Sehr gutes Spiel Wenn wir es mit Mords hören Oh nein Wir rennen vorbei beim Zyklopen Genug epische Fights Außer der Lexator Der war ein bisschen schwach Ich hab hier keinen Mana für den Geisterwolf Oh da liegt was Explosives Hopp Okay Bereiten wir uns vor auf den Kampf Hm Mana Wo sind meine Mana Tränke Hier Deinen Mana Trank auch Nein Okay Dann haben wir Den Hier Locken wir ihn an Locken wir ihn an Er steht direkt in dem Fass Ich hab nicht wirklich so viel gemacht Grad Ich hab nicht wirklich so viel gemacht Kommt von Geisterwolf Mach deinen Part Und jetzt hab ich keine Heiler Und jetzt hab ich keine Heiler Ich heil mich schnell Ich heil mich schnell Nur weiter kämpfen Die rennen zu mir Ich glaub's nicht Die rennen einfach zu mir Und ich bin schon wieder Ah Jetzt bin ich richtig im Arsch Ray Weiter kämpfen Okay Verdammt Großer Heiltrank hier Verschissener Bastard Genau Dann haben die Leben Ray Mach ihn weg Er geht doch Er geht doch Wollte mich gar nicht Auf den Kampf einlassen Aber Wir haben ihn überstanden Muss als nächstes Schauen Dass der Geisterwolf Nicht so viel Mana verbraucht Weil verdammt Der ist teuer Eigentlich kann ich Das hier gleich Nach der Episode machen Nach dem Part Das Upgraden Ich sollte genug Irgendwas dafür haben Was ich brauche Elixit Ich hab mir zum Geld gemangelt Was ist das denn da drüben Ein Raptor Ein kleiner Oder wir machen zuerst Den Damm fertig Da schaut's nach Ruth aus Es ist so hochdrund Da haben sie meistens was drinnen Oberhalb auch Gute Landung Ray Gute Landung Jetzt steht Geht doch Meine Gasmaske da drin Verdammt Echt jetzt Okay Tierfreuen Spruch Geist Gestalt Nein das ist nicht meins Können wir lieber schlafen Mana zu regenerieren Auf natürliche Weise Damit ich nicht süchtig Nach Mana tränken werde Oder Mana Überhaupt So wie Kaya Der alte Mana Chunky Kaya der Mana Chunky Warum schaust du so fit aus Blume Wow Was ne Falle ist Verdammt Ja wir sind jetzt stark Wir sind bald an dem Niveau Wo wir overpowered sein werden Dieser Tag wird bald kommen Verdammt Auf zum Tarn Schauen was da oben abgeht Obwohl das riecht ja nach nächster Episode Alle anderen Uploads und Spiele Wahrscheinlich ja lange Episoden werden Kann ich bei Elex auf Putze Anvisieren Die Musik ist wieder weg Turm 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 Den holen wir uns Der Tor auf auf den Tank Das schaffen wir doch oder? Oh Big Money Big Money Big Money No Money No Money Okay der muss doch ne gute Taktik dafür geben Hey ich weiss es Mein Haus da ist aufgebracht Verdammt Für was Für was spreche ich Der darauf da Auf den Felsen zuerst Ces Ray Mr. Skywalker Bereit diesen Turm zu erklingeln Die härtesten Bosse in diesem Spiel Wahrscheinlich nichts Ja Ich rieche schon Da wird nichts oben sein Okay Checkpoint Uh 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 Oh Gott sei Dank Sind wir da raufgeklettert Hat sich das ausgezahlt Jungs Und Mädels Natürlich nicht Was denn sonst Hier haben wir einen Damm Nicht dort wo ich keine legendäre Waffe finde Schaut es nicht nach Gegnern aus Vielleicht mach ich das doch schnell Schnell die guten Löffel hier abloten Die sind es doch immer wert noch gewesen Oder fehl lassen Ein einzelner Pfeil Ist mir egal Wie heißt das wird der legendäre Pfeil vom Pfahl Der legendäre Pfeil vom Pfähler des Pfählern sein Gott wie heißt der Typ Vladimir der Pfähler Pfeiler Der Pfähler oder Verdammt Okay Hier schaut es ziemlich fad aus Einzelne Zigarette Danke Elex Nicht gleich so viel geben Ja Nicht einfach da durchbuscheln Nein Okay ich hab's Ich hab's Ich schaff das Ja Korkenfleisch Schau Das Kurbabier Oh Mana Geier wird sich freuen Warum bekannt jetzt Ein Krug Natürlich Nichts hier Wirklich Ein bisschen klein Loot Aber Keine legendäre Loot wie immer Gut das schreibt doch Wieder nach Legendär Regierungsreihen ist durchgesickert Dass die Gefahr real ist Der größte Vertuschungsskandal Unserer Geschichte Ein Meteor wird bald hier einschlagen Wir erhalten Nachrichten Dass in vielen Städten Bereits Panik ausgebrochen ist Bürger verlassen fluchtartig Ihren Wohnort Die Straßen sind völlig dicht Das ist Reinhard Stimme übrigens Es wird dazu geraten Einen Ort unterhalb der Erde Aufzusuchen Der Aufenthalt im Freien wird tödlich sein Die Menschen werden gebeten So viele Vorräte wie möglich anzusammeln Experten zufolge können es zu starken Nachbeben kommen Diese lösen möglicherweise eine Flutwelle aus Bitte warten Sie auf weitere örtliche Anweisungen Reinhardt hat eine gute Radiostimme Sturz der Regierung Das Militär hat die Parlamentsgebäude gestürmt und abgeriegelt Keine Meldung des Präsidenten Wir sind der letzte Turm auf Sendung Wir können nur warten und den Atem anhalten Solange es geht wird Musik übertragen Ist es Reinhardt oder Reinhardt? Beruhigende Musik Oder sowas wie meine Kleine Songs die ich gerade rausgebracht habe Es ist Time for Crusade Würde gut aber dazupassen Okay Wir sind hier fertig Episode vorbei Ich gebe mir andere Missionen auswählen In der Zwischenzeit Und Mana kaufen und so Sachen aufbauen Peace out Auswählen Musik wirklich